Hier, ich hab jeden Stream angeschaut, die haben die ganze Zeit gecampt, also. Die haben immer gecampt hinter dem Bunker, weißt du? Vielleicht sind sie da wieder, oder sie sind bald im Bunker, ja. War ich so late. Also, eh, nicht Bunker, aber klar, weißt du. In dem Tuning... Da haben die meiste Zeit rumgeschimmelt, ey. Peinlich, ey. Ja, hey, Outrider meinen wir alle, ey. Oh, Mann. We-Stein spielen wir jetzt bis jetzt. Hast du gut hinbekommen, gell? Was? Ja. 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 Du hast bis jetzt gut hinbekommen, oder? Slim Supreme und so. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Mal schauen. Wie gut das läuft. Ja, aber das ist eine coole Grafik, ja. War einzigartig, aber das hab ich bis jetzt auch noch nie gesehen. Ja, dies ist Standard, das kannst du dir aussuchen. Ja, aber sieht cool aus, also Respekt. Domen wird irgendwann unser Streamer, Alter. Ja, irgendwann machst du ein eigenes Event aus, ja, ja. Fuck. Ey, warum nötig wird's früher gucken, Alter. Ey, jeder sagt einfach, das ist genau. Oh, was ist denn mein Arsch gehört dir, Freund? ich werde dich jagen ich werde dich jagen okay kommen wir sagen wo wir sind ich werde euch finden so viel später jungs gibt es um einen dinge man hat schon ein ding bekommen mit dieser armbrust gleich in der ersten ziehen woher also der scheiße weil es jetzt einfach so mal 30 legendäre waffen Vielen Dank. 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 Okay. Mm-hmm. Yeah. 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 Komm mal kurz her? Ja. Gracias. Kein Problem. Ah, hier schnappt die Kilo, wenn du willst. Ah, ne, ich bin kein mit dir. Aber sie können dann zum Cheat weiter. Na, Waffenpropp kommt jetzt auch schon. Oh, Hügel. Ja, das ist nur ein Chip. Das wird nicht zu schlau sein. Da liegt der Kinetische. Okay. Merci. Ohne Aufwand. Ja, die gehen weiter. Ah, da sind zwei Helios unterwegs. Oh Gott. Ah, das ist ja nicht nur zwei. Das wird nicht zur nächsten Zone. Ah, hier ist ein Auto. Passt. Ah, da sind wir jetzt. Oh Gott. 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 Okay, Waffentrop ist beim Busfahren hoch. Nähe von der Hitze. schätzen oder den wappen schädt man das ist halt die nur guter kämpfen mal dabei naja geht allerdings schon lernen der ist ja ja Achtung, da ist sicher ein Routin ja, da kann ich es gehen von direkt von uns mhm Okay. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Das kommt doch. Ah, das Ding ist blöd, ey. Wir sehen uns. Woh ich wütze. Der 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 Ah, hier. Da muss man sich gerade überlegen, wo wir hingehen, ah doch. Wir haben jetzt schon die Spieler, jetzt wird es schon klar. Wir haben es sowieso auf den Entstoß. No. No. Ich würde sagen, wir laufen gleich, oder? Ja, dann links zum Tower zu gehen und dann laufen. Ich hoffe, dass wir uns nicht wiederholen. Ich hoffe, dass wir uns nicht wiederholen. Oh Gott, johne. Ich bin jetzt inzwischen die Häuser da rein. Hm. Ja, dann schaffen die Leute echt zum größten Hochkommen. Off the State Zone is collapsing. Air drop is coming. Copyright Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ey, was? Getschneckung. Ey, jetzt ist doch echt lächerlich. Oh mein Gott. Ja, das ist schon scheiße. 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 Hier geht er mal ran. Schein aber auch gleich. Also bis einmal über. Okay. Das war's. 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 Auto. Die Person sagt das, was hype ist. Ist das. Ja, der hat gerade geblieben. Ja, der hat gerade geblieben. Ja, der hat gerade geblieben. Der ist jetzt oben, ich glaube der ist allein. Er hat erst geblieben worden gerade. Hat keiner geschossen. Alter, der hat die Explosions-Snapper. Alter, der hat die Explosions-Snapper. Warte mal, ich bin sicher. Ja, der kommt in den Oberfahrt. Ja, der kommt in den Oberfahrt. Ich bin schon mal hinter dir. Jetzt... Ey, das kann doch als ich... Oh, bei O1 im Weltkrieg, Ja, der ist wahrscheinlich ein Explosions-Snapper. Naja, der ist bewusst. Weiß ihm das. Oh, das Spiel, Alter. War trotzdem gut gereicht. Hm. Innen. Oh, das ist immer gut. Was für eine Rutzel. Woha, Omen, wie geil, du hast eingestellt, dass man sie sieht. Was? Oh mein Gott. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Genau, da kommt was. Ach du schon. Alter, what? Was ist mit dir bloß nicht? Sonst wär's dumm. Wie war das, ne? Ja genau, wer hat den da hingepackt? Müssen wir schauen, weil jetzt ein paar waren schon bei den Waffen-Drops und die haben sicher für die Sniper mit der Team-Munition. Na, FAJ war's keine. Ne, ne. Fahrzeug war außer Kontrolle und dann ist es explodiert. Bin das ein, ja. Nein, das war fix, weil bevor ich ausgestiegen bin, ist da gestanden ein Fahrzeug außer Kontrolle. Na, da ist Fahrzeug außer Kontrolle gestanden. Nicht Rakete im Anflug. Geh mal weiter, oder? Ist eh klar. Jetzt springe ich sicher runter und geh drauf. Jetzt springe ich sicher runter und geh drauf. Ja長 Tyια, rau mal wieder. Was ist mir das? Ja nochmal bereit geworden. Airdrop ist vorbei, wie gehts nicht rein. Was ist mit dir. Ja mal vorbei. Airdrop ist Mitteln. wings Intoloo. Na, dann komm her dort. T 있어요. Du schreckst mich, Kai, du musst schon sagen, wenn du weg bist. Ich dachte, das ist jetzt für Andere. Siehst du ihn? Ja. Nein, ich kann nie vorsichtig genug sein. Du hast ruhig gesagt, wer gibt es denn eine Platte? Also, für das, dass jetzt so lange keiner da war, kommen jetzt sicher wieder fünf Leute von hinten, hundertprozentig. Jetzt warte mal. Fahren sie, über dir. Vergiss mich nochmal. Direkt über dir am Berg, ja. Der ist Mutter geflogen, oder? Oh, einen habe ich genockt, ey. Ja, der ist ausgeschalten. Oh, shit, ey, man. Ah, ich komme gerade. Shit. Der ist gerade hoch, glaube ich. Wow, 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 da ist ein anderes Team. Nicht verpissen. Hey, Mann, das kann doch nicht sein, ey. Was ist denn das? Ah, scheiße. Fuck. Alter. Ja, Gucci mit der DLQ. Komm nicht zu mir, gell, die macht mich jetzt. Alter, mit der neuen Ammunition von der TLQ, zwei Schuss, aber nicht mal richtig getroffen. Und weg. 40 Sekunden überleben. Oh, scheiße. Oh, ey, man war... Oh. Fast. GG. Super. Scheiße. Yassi. Ich fand's nicht gemeint. Alter, das kannst du jetzt lange vorhalten lassen. Echt so, ey. Scheiße, ey. Egal, ich schreib GG. Bordi so nicht schlägt, ne? Der ist Bordi. Ein Kill. Ja, wir waren aber echt weit unten immer. Wir haben, glaub ich, was war die letzte Runde? Elf oder... Die letzte Runde war jetzt, äh... Was ist das? Stand 10. 10. 10. Ja. Aber ein Kill, weil den hab ich noch genockt, also nachdem du den genockt hast, hab ich ihn noch... Flashbang-Grenade. Hild. Damit wir wenigstens einen einen haben. Ist so wenigstens einer, ja. Den zweiten hätte ich leicht gehabt, aber dann ist das zweite Team dazwischen gekommen. Naja, das war eckler, dass Gucci und Slash immer kommen, ey. Wir sind immer da, wo man es nicht braucht. Das ist so alter. Das ist so alter. Das ist so alter. Ey, Kay glaubst du die neue Idee, Kurs glaub ich für uns Kuntzuhol, ne? Ich glaub ich echt, ist ein Start, ne? Das glaub ich auch. Die hat ja fast wieder ein Penner, ey. Ich glaub ich geh jetzt rein, das normale, ähm, Ding. Was? Voice. Das normale Voice. Stream Voice. Hm? Stream Voice. Was? Irgendwie Stream Voice. Hallo. 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 Das geht. Ähm. Komm mal was. Halleluja. Oh du hast ein Kriegericht, Kay. Kai hat die neue Munition freigespielt? Nee, das war nötig. Nee, das, das hab ich doch auch, aber ich bin und die Scheiße nicht. naja aber das ist die war ich habe damit auch schon mal geschossen die leute halten sich die augen dabei zu ich finde lächerlich mit so was spielt das ist einfach gleich verlangsamt zwei schuss und du bist ein gemein ich bin ja manchmal mehr schon mehr der erste runde da kam dann alles mit fahrzeugen ja von beschrieben damit ihre scheiß jenis unsere nicht mehr zu spielen zu tun so wie die scheiß weiter fahrzeug außer kontrolle weil es der kate zwischen zwei plattformen jetzt zwischen zwei plattformen ja okay okay das aussieht als hätte da jemanden fj drauf ich dachte ja ich muss auch gehen es nicht einfach ja warte mal gucken ob der auch andere also dazu kommt das war doch alleine jetzt auch zu zweit leute nicht ohne sich dieses turnier steckt manchmal lächerlich mir noch kurz pause damit ich das wunder land weil ich musste ja das alles neu herunterladen alle 24.000 der manfred weißt du die sagen einfach die können wir die können ja nichts tun dass die cps weg sind ja er hat mich entschuldige mich für die unannehmlichkeiten wir können jedoch nichts mehr tun da die da das system anzeigt dass sie alle cps erhalten haben ja ist mir klappt man sich alle erhalten hat aber wo sie die jetzt hin richtig so komisch aber kein geld mehr auf dem spiel diese weg sondern habe ich gesagt ja nebenbei ist ja noch das so dass der halt die tasten immer verschoben werden und nicht nur bei mir sondern auch bei anderen spieler meinte ja du kannst ja das unten aufgeführte formular ausfüllen ja genau das bezwecke verahmung das ist durch les langer pech gehabt genauso mit ein cps nee einfach nie ich sag dir das ist mir so geil eine erziehung mal so ein bisschen günstiger könnte man ja vielleicht mal überlegen guck oben drauf 105 wie 105 dann auch noch 560 und dann wirst du denkst du echt rum das ist echt merkwürdig ja ja und das ist halt schon mal ein zweites mal ja deine daten hat ich keine oder wie deine daten hat ich keine nein nein dadurch dass ich mich bei facebook angemeldet habe so naja dass ist das ist das ist das ist das was ich ein land in facebook 7 war bin bei der t3 auf wenn sie nur zusammen raffineries und raffinerie zumal das machen oder wie kann man die operator fertig haben sie da runtergeladen haben damit das konnte man schritt jetzt mal her da war ich da los wo man kann ja dein glück versuchten oder vielleicht ist das schon wieder auf nee das hat mir das angezeigt kommt nicht ganz klar wenn man einladen spieler auf naja kannst starten gleich operator sind so ein paar Minuten dauert alles noch. So, da müssen wir, warte mal, da müssen wir isolated, ne? Ja, ja. Per God muss ich eh, wenn überhaupt, erstmal runterladen. Ja, jede Lade ist gut zum trainieren. Oh, shit, ey. Einfach für wenige für Lade, weil ich merk's. Ja, ich weiß, wir können nicht starten, weil wir die Mänder hier runtergeladen haben. Ich kann das aber nicht wegmachen, ich kann dieses Häkchen nicht wegmachen. Ihr müsst mal einer von euch starten. Weil ich kann bei mir das Häkchen nicht wegmachen. Also du musst, du musst mal auf isolated einstellen und dann starten. Eigentlich müsste es dann gehen. Jawohl, ja. Ja, guck, guck. Ja, guck, guck. Ja, guck, guck. Also wo muss ich nochmal scheiße aufgucken? Äh, T3, so. Ganz unten, ganz unten in der Map ist das, äh, da wo ähm, Schichtland überbauen. Ne, ne, nicht Schichtland, sondern... Ja, genau. Genau. Bei Countdown. Na ja, einmal landet geht ja easy eigentlich. Dann landet man schon. Ja, da wollte ich ein Bild machen von der Außenansicht bei meiner Wohnung und dann sieht das aus, als hätte ich es gemalt oder so. So wie willst du die Striche drin haben und so. Ja, als hätte ich komplett gewackelt oder verzogen. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht warum. Ich muss sogar Feneri jetzt, oder? Ja, ja, ja. Also das ist heute Tage voll kalt. Rapinerie, oder? T3 weiß ich, ähm. Genug. Heizkörper einschalten. Äh, pack nicht, Österreich hat doch irgendwie minus 20 oder so. Na, das ist da wo Devil wohnt. Bei dir ist doch ne Antarktis, natürlich. Na, das ist da wo Devil wohnt, das ist da wo Devil wohnt. Der wohnt am Arsch der Welt. wo ich wohnen da ist kalt also so plus 10 also schon minus ja es ist kalt für mich das ist sogar plus 2 muss gleich gucken wie viel grad haben aber ich glaube auch minus oder so der schmaler minus fünf ja vor allem da stand irgendwas mit minus fünf war aber es wird sich an wie minus zwei aber es fühlt sich an wie minus sieben und im nächsten moment dachte ich mir so als ich dann unterwegs war so ist gar nicht so kalt also wenn man auch na ja klar und vor allem er hat die sonne gescheint da war es eh ja mal sagen wir so ne die sonne scheint das ist die frage der punkte spielen selbst haben wir jetzt nach oben Ne, der geht hoch. Oh Mann, was ist das denn? Ne, aber die neue mechanisch geil halt. Ist gut, ja. Da hat er stehen. Ne, aber... Schrotze. Wenn ich mal den da her... ...so ein Pusli. Oh, da kommt sogar einer. Direkt in die Arme gerutscht. War das ein echter Spieler? Ne, ne. Hat ja manchmal so komisch im Arme, gell? Ja. Ey, mal gucken, ob das die Wonderwall ist. Es gibt nämlich ne Spielerin, die Wonderwall heißt. Ah, Dark Angel hat mitgespielt, gell? Mitgespielt? Die hat mitgespielt, ja, ja, ja. Na, cool. Ja, aber nicht die... Also, die Dings, die... Ne, ne, Dark Angel von MK, ja, ja. Ja, genau. Wurde sagen. Dann hinkt er halt so sehen. Ja, ne PPSH sieht schon wieder aus wie in der Russen. War nicht schlecht. Ah, HSO weggefunden. Die ist jetzt wieder besser geworden, gell? Haben sie jetzt wieder genervt. Echt? Wow. Ja. Wäre besser, heißt das ja nicht, äh, gebracht? Ah, gebracht, genau. Ne, ne, kann. Weil ich hab heute wieder mal HSO gespielt, und dabei wieder Wonshot. Komplett vor einer Woche nicht. Dann wurde sie aber gebarhaft. Ja, hab ich gesagt. Ja, hab ich gesagt. Achso. Okay. Sorry, das hat die Mörd verstanden. Lumpfscheiß auch. Also, ich. Halter. Ah. So, Auto. Geht doch hin. Hm? Wie man's denn? Ah, oben am Freitag bin ich nicht da, gell? Da geh ich sauf. Sehr schön. Freitag. Mit meiner Mutter. Mit meiner Mutter. Mit meiner Mutter. Geht's, geht's auch so was? Ja. Ja, fast noch, ja, ja. Na, cool. Ja, Karneval! Bei uns in der Nähe, also bei uns in dem Dorf, ne, ist halt ein großes Fest. Ich glaub, um 18 Uhr oder so. Guck mal, keine Ahnung, bis 5 Uhr und so. Und dann geht's richtig ab, bis abends oder so. Oder bis 5 Uhr oder bis abends. Gell? Mhm. Schön, schön. Ja, ja, hallo. Ab die Post. Ab die Post. Du bist des ganze Wochen nicht ansprechbar, oder? Ja. Na, doch schon. Seine Schauer wann genau, also. Was war genau? Wann das fest ist oder wann du ansprechbar bist? Hä? Hä? Wann das fest ist oder wann du ansprechbar bist. Hä? Hä? Ansprechbar. Hä? Na, Wonderwall und äh... Dings sind glaub ich in einem Team. Oh, Flo, okay. Ja, ja, spielen jetzt Quatsch, stimmt. Krass ey, wenn es das Team ist, ziehen wir nach. Ja. Na, wir sind halt auch noch zu dritt. Wie mir. Da ist offen gewesen, gell, die können jetzt da sein. Ja, ja. Ne, ich... Äh, das Turnierstab wird am Freitag, weiß ich, dieses Waffentunnel. Ja. Das mach ich vielleicht am Samstag dann oder so. Kommt das drauf an wie halt ich bin, ja. Mhm. Ob du ansprechbar bist. Na, ich hab lange nicht mehr was getrunken, das ist das Problem, ja. Ja. Das tun halt dann Froszaufe, also erst mal Döner esse oder so. Ja, aber dann wird es da hier ausfallen. Ja, immer... Also... Ach, nicht, doch nicht. Ja, ich fahr da schon zu einem. Oh, das leckt. Hey. Ja, Kai wird erst... Ja, Kai wird erst... Kai wird erst am Sonntag wieder ansprechbar sein. Ja, ne. Na, ich weiß nicht, aber gar nicht. Oder gar nicht. Ja, ich spiel' mit Dani, sie sind zu vier, sie sind nicht zu dritt. Ich spiel' gehalts. Ja, ne, ich mein' ja noch. Bisschen spiel' für mich Gegner, halt. Keine Freunde. So, Winn? Naja, nächster Waffentropp, würd ich sagen. Zum Ausbrüder und Waffentropp, ja. Wär besser, ja. Zwei Waffen sind immer gut. Erstmal ne Schrotfindung, genau. Wollt ihr mich verarschen? Ne. Das sind alle einfach zweifache da durch. Ich schwör, ihr seid wie Devil, Alter. Ihr seid wie Devil, Alter. Ich bin Devil schon mal faul. Na, ich bin nicht faul, ich bin zu tun zu faul. Jaja. Ja. Na ja. Oh, da fände noch zwei dran. Ja. So, KM. Ja. 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 Ja, der ist auch offen. Also da wir jetzt. Ich hab doch gesagt, mal. Das wäre dann ne Scheiße, ey. Ach man, mein Wlan ey, ich krieg schon Kopf. Und, na was da kommt einer lang? Den Wählern treffe ich Eckheim. Wir haben ihren Teammate geholfen? WTF? Ach so, weil Kai ist einer? Na meiner. Alter, was ist da los? Warum stimmt nichts? Ich hab's weggezogen. Ich hab 1600.000er Leitungen, das ist gar nichts. Ich merke schon, du wärst mich auch immer jedes zweite Mal. Ja, so kann man kein Turnier spielen dann mal nicht. Ich freu mich schon, wenn ich eine eigene Wohnung hab, dann mach ich keine Ahnung wie viele Leitungen. Ja, krallert das mal. Na, wieder eine Zimmerwohnung, dann passt das. Und was noch dazu kommt, du bist ja gut und nimm's her mit dem Bezahlen, sondern du musst auch gucken, ob das überhaupt bei deiner Wohnung geht. Bei mir haben die behauptet, es geht nicht, aber ich hab gesehen, dass ich einen Kabelanschluss habe und jetzt muss da Technik aber gleich vorbeikommen und das mal überprüfen. Ob das auch freigeschalten ist halt für ELA. Aber Kai, Kai, keine Angst, wir haben das Turnier nicht verloren wegen deiner Internetleitung, sondern wegen Mangel an Talent. Das ist besser, gell? Ja, ja. Oh, das war schon was, wenn wir mal gerne. Alter. Ich hab noch alles zu kräschen. Du kommst drin, ne? Du kommst drin, ne? Ja. Und dann hier, ne? Das war das. Wollt ich grad sagen. Ja. Wir sind ja, sag ich mal, aus dem... wo die beiden weg aus der gegend ich sehe da kein ich weiß dass mit neuer in die hülle drauf kann uns der heli holen oder so wenn ihr wollt hast du dich ich habe eine hälfte meine schwester da falsch richtung gehe ich denn lang muss links macht mich unter ja ich bin nach unten irgendwie ich weiß nicht warum aber der hat die er hat die treppe mein gott so ich habe mein skin aber ich fliege nicht ich kann auch fliegen oder schießt er aber schießt er auf den heli keine ahnung ok dann los doch nein schießt nicht kann es weiter auch nicht nochmals glatt ich kann nicht zuordnen ich höre überall steps vor ich kann es nicht zuordnen das macht nichts für helfen dir schon nein ich fliege nicht ich komme du schulst unter unseren an der müde nach dem schießt ja 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 da sind bestimmt der im 6 und so ja das sind die richtigen spieler in den ganzen dingen ja wir können auch aufs riesen rad und von da aus oder so ich weiß ja nicht auf jeden fall müssen wir uns jetzt dann entscheiden weil wir werden es immer lang durchhalten wenn es weitergeht na egal ich bin mal runter ok ich bin ganz gut gefallen schüsse Schüsse, Schüsse, Schüsse. Links irgendwo. Naja, auf 273. Da ist einer abgesprungen vor mir. Da gibt es einen Waffen-Drop. Da müsste irgendwo hier sein, jetzt pass auf. Ja, da unten läuft er. Ah, hier. Nein, nein, ich triff den Drocki nicht. Da oben und unten ist auch einer gelaufen. Jetzt kommt die Zone auch noch. Ich schau mal, ob ich mich der Schrotze holen kann. Da ist der schon weiter. Bei uns im Haus tut einer. Naja. Der ist hinten raus. Für die Stelle, ja. Ah, Junge! Ah, hier auf dem Maisfeld das Wisch. Der lauft eine Runde. Der lauft einen 2. Ich triff den nicht. Da landet einer. Hier. Oh, Achtung! Sniper! Das ist ein echter. Achtung Kai! Sniper! Super! Also auf rechts. Der kommt über die Straße. Hände und. Habe ich. Ich kann. Ich muss mich heilen. Ich helfe euch gleich wieder. Ich- Alte, wo kommen die jetzt? Schleif's! Ja, da vorne. Piss, wir sind überall. Aber der ist nicht schlecht. Das Knie ist nicht mehr mit der Explosion, Alter. Der hat mich getroffen, Mann. Achtung, ich glaube, die pushen jetzt gleich. Es sind auf jeden Fall zwei verschiedene Teams. Ja. Kommt schon. Ja, Digga, wo kommt der erste her? Wie denn? Ach komm, danke für nichts. Oh mein Gott. Ja, komm ab, du musst dir, ey. Passt. Hm, schlecht. Ja, schlecht gespielt war es jetzt nicht. Ja. War eine gute Runde für Izzeladl. Find ich auch. Und noch ein Hase-Ding, dann hab ich diese DLQ, Alter. Stab ihn. Sehr gut. Okay, hat geklappt. Nächstes ist jetzt Ecolabor. Ecolabor. Ah, der Mann dreht. Der Mann dreht. Werner, werner! Welch. Werner. Das schieb. Das ist so, was ich nochmals zu Hause. Oh, ich will. Werner? Leine. Werner, werner. Welch. Werner. wie cool aber wo ist denn das habe ich auch ja genau ich bin auch nicht da ich bin nur ruhig Ich habe euch gerade nichts vorzunehmen. Das ist schon komisch. Beide Teams waren immer nur auf uns. Wie schwer das ich hier team ihn? Ich habe bestimmt zusammen gearbeitet. Das war komisch. Es war sehr komisch, wie schnell die hinter uns waren. Es war von hinten bzw. von der Seite irgendwo geklappt. Ja, weil sie uns verstanden hat, war ihr ja da rumgesprungen seid. Ja, keine Ahnung. Soll die sich da einen abschreuen? Es ist nur lächerlich, dass immer, wenn man gegen irgendwelche Leute spielt, die man kennt oder so, da komischerweise gar keinen guten Lauf hat. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber... Ja, aber selbst gegen RB, ich sage ja nicht, dass die schlecht sind oder so. Das ist auch kein Fall. Aber selbst gegen die haben wir das letzte Mal gespielt und dann... Das meine ich halt so nämlich alle gekriegt und dies und so und so. Aber die können nur zu zweit kommen, sonst können die nichts. Hey, das macht ja auch Sinn in dem Game, aber ich verstehe nicht, was wir falsch machen in dem Moment, weil wir waren ja trotzdem zusammen. So, ich war halt drüben, hab dort auch gefasst, weil der eine von der Seite kommen wollte und ihr wart am Haus. Ich weiß nicht, was wir sonst noch machen sollen. Gefühlt nur so... Weißt du was ich meine? So, weiß ich nicht. Wir haben halt auch irgendwie versucht, von der Seite den einen da zu kriegen, aber meine Waffe hat komplett verzogen und... I don't know. Manfred? Manfred kommt ja. Wunder gezogen. Ja, Manfred kommt ja. Heißt nicht, wie schnell ich halt, wie gesagt, von der Seite einfach geholt worden bin, da dachte ich mir, die konnte ich nichts machen. Wow. Manfred liebt ja die Kilo rein. Ich habe jetzt 15.000 Abschlüsse mit da gemacht. Da ist auch noch Kinetische. Ich bin krank, Alter. Hä, wir haben hier sogar ein Helikopter. Hier ist ein Hasbro. Habe ich schon, danke. Okay. Hier ist auch ein Kilo. Ja, ich glaube, die Russisch ist scheiße, oder? Bei BR. Habe ich Krieg, falls jemand will. Ich habe schon Krieg, danke. Aber wenn wer was will, sagt sie es. Ich glaube, das passt jetzt zurück. Da liegt der Hof nach. Im vierten. Na, Has0. Oder O. Ich habe keine Ahnung. Ja, Has0. Oh? Ah, okay. Has0, ja. Ich sage immer, alle Has0 oder so. Ja, weil das halt auch aussehen könnte. Oder Has0 oder Null. Nee, nee. Rätiger Spruch für den Spieler. Sagt Has0. Ja, wenn ich immer bei Blondi in den Stream gehe, Nee. Das stimmt doch nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Es ist immer da. an den besitzer werden kann nicht gesehen das war ein zweier ne gott habe ich auf die waffe geschickt das da sagen bitte ein ich bin hier neuer sie fahren bitte alles festhalten es geht los während der gesamten fahrt bitte nicht nach draußen nicht nach draußen hallo anzeige ja ich weiß ich kann das nicht zwischen an die sie nachladen haben sie das noch einmal fliegen sie raus alles klar dann müssen sie aber 100 euro zahlen 100 euro anscheinend gibt es gar nicht mehr franken ja er ist anscheinend abgeschafft worden oder so schweizer franken der von der schweiz recht recht zum ersten mal aber der döner ist voll teuer bei den alle ich glaube von die franken oder so die verdienen nur mehr weil sie sich selbst versichern müssen und nicht über die arbeit versichert sind müssen ja alles ja weil die krieger 7.000 euro netto klar bloß abzüge haben weil ich hier oder so denen bleibt am ende des monats genauso viel übrig für die lebensverhältnisse in der reiz für uns als wirst du die lebensverhältnisse mit uns vergleichst dann ist natürlich mit unserem dann ist natürlich extrem viel geld was drüber bleibt aber sonst ist normalerweise bleibt gleich viel ich war es gerade so im insel jacht gott das will ich mir haben gestunken alle mussten duschen ja du bist du hingefahren eigentlich ok da spielt einer die lupe jeder spielt eine dekilo alter gibt diese schaffstück ich bin mal gespannt die neue klasse da ist es ja dass wenn du das aufstellt dann visiert das automatisch fahrzeuge an und so dass wir das bestimmt voll okay wenn es funktioniert ja aber wenn es funktioniert weil das schild funktioniert auch nicht es gibt es nicht dass ich keinen einzigen besetzt gesehen habe ich glaube ich finde ich echt schwer gut jetzt fällt mal der mannskrieg ein gut fahrer manny manny von isaac manny das nirische mammut es waren auch zeiten haltet ich hoffe der ding angeschaut ich hoffe der weiß dass er an sie kommt beste erst mit schön gas da drauf waren dann doch nicht alle alle waffen lieber kopf einstecken ja da war nicht lang schnacken kopf im nacken das auto vor uns links auch ich habe zu tun ach ey das läuft jetzt sogar jetzt sind es zwei teams achtung es sind zwei teams drei teams rolle alter ein die wieder weiter weiter aber dachte oder es lecker vor Oh mein Arsch, du Shotgun. Ja. Dann nimm Shotgun lieber, oder? Nein, nicht anhalt! Was macht er denn? Oder? Alter, 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 alter. Bin ich fast drauf gegangen. Ich auch. Ja, bei mir lecktes Todes, ey. Ja, willkommen in die. Der hat willkommen runtergesprungen? Boah, ich kann nix machen, das leckt. Ich seh die nicht. Bei seiner. Boah, da hat einer Rückspuren, alter. Die blöde Fotze. Boah. Da bin ich dann weg. Boah, Fallmeister hat auch jemand. Da kommt noch ein Team. Oh Mann. Achtung, da kommt noch ein Team. Boah, ich brauche ne Scheißplatte. Boah, ich brauche ne Scheißplatte. Boah. Die sind alle, äh, in der 2. Etage, glaub ich, oder so. Ich hab keine Ahnung, was ich machen soll. Wer liegt das halt. Ich habe nicht so lange, oder so. Aber da ist er. Ich hab nichts dran. Ich hab nichts dran. Ich hab nichts dran. Ja, super. Scheiß aus. Ja, ich traf halt auch nicht, ne? Raus, Oman, irgendwo! Vor dir! Keine Ahnung, wo dir Oman rumlauft, ne? Ja. Ja, weiter! Ah, keinmal! Es kann doch nicht sein, dass nur ein Team uns daunt. Alle! Okay, das ist der eine Spieler als Schrotflender. Wer will? Vielleicht hat einer irgendwo Pistole, ne? Ja, alle Schrotflender, ey. Ja, bei mich hat er mit der Tingo gemacht. Oah, bei mir ist es aber nur 0 flüssig grad, das ist für das Nerven. Wann kommt ihr wieder? Äh, in einem... Ein... Einem Loot und so. Ja, scheiße. Dass du es rausbringst, ja. Na? Bitte? Nichts, passt schon. Ich hab auch noch nicht die letzte. Ja, ne, da und du siehst gedau'n, dass es bei mir halt bleibt und ich hab jetzt... Ja, ja. Vielleicht findest du mal. Vielleicht findest du. Findest du. Findest du. Findest du. Findest du. Findest du. Handiau. Ja, du, manifestest du. Ja... Oh kids. Ja, da keil traveling. Stimmer... Ja, guck mal wie die da schimmeln, ey, boah, das ist echt eklig, ey, scheiße, Mann, ist doch eine Rotze, ja, ja, da kommen bestimmt welche mit. Alles gut, bei mir dauerts auch eine Minute. Omin, pass auf, so einer landet oben bei dir, gell. Omin kommt noch gar nicht wieder. Echt? Ja, den hab ich ja jetzt erst geholt. Also. Ihr müsst ein bisschen zusammenbleiben, Kollegen. Scheiße, Mann. Ähm, ich hatte schon mal das Spiel abgestuft, Alter. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Fuck, 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 komm, wir jetzt machen. Nicht so schlecht. Ach, komm. Du. 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 Cauch. Du. 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 Das wird's knapp. Nein, nein. Sauber. Boah, scheiß, überlebt das jetzt. Fuck, man. Nee, das war klar. Scheiße. Fast. Ah, du scheiß Feinmeister. Ach man, ey, ich bin tot. Gott sei Dank, ja. Der scheiß Gegner halt. Ja, tschüss Junge, was ist das? Ey, oh. Ja, wir waren zu weit aus, nein, ich weiß, aber trotzdem. So lächerlich voll, wie der gerannt ist. Ach man. Mann. Immer so, wenn man die Leute abfangen will, dann kriegt man es einfach nicht gebacken, ey. Ich zumindest versteh das nicht. Was? Nee, also, nee, aber das Pushtel. Der hat sich selbstbewusst daran. Bitte? Da, wo er reingefahren ist, das war echt scheiße. Ja. Nicht mal was sage. Oh Mann. Oh Gott, ja. Hey, wie, das hat nicht gezählt. Was ist das für ein Scheiß? Hey, Oma hat das bei dir gezählt, dieses Öko-Labor? Ja. Nein. Nein, 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 ey. Voller Rotz. Das müssen wir noch mal. Bei mir hat es gezählt und ich bin ja nur recht weit vorne gelandet. Also, ich bin ja nicht irgendwo weit da drüben und ich bin aber in den ganzen Hallen. Hm. Oh Mann, das ist ein Mann. Ja, der Mann würde ich kommen. Oh Mann. Und kommt Taube jetzt oder nicht? Ich geh schnell aufs Klo. Ja, trotzdem komisch, man. Da will ich den einen noch abfangen aus der Zone, weißt du, dann landet der aber unten, dann dachte ich mir, geil, so bessere Position, ja, nix da. Versteh das gar nicht. Ne, ich wusste man ja. Also so, weiß ich nicht, die Kollegen habe ich es bekommen, ich mein klar, dass du nichts immer bekommen hast, das ist mir ja bewusst, aber... Ich wurde gepusht von zwei, Alter, ich hatte eh keine Chance wirklich in die Zone zu gehen. Ja, weil wir ja blöderweise aufeinander waren, aber was soll ich machen? Ich bin ja schon vorgelaufen, weil ich das ja kenne, bzw. ich wollte meine eigene Waffe haben. Ja, aber ich fand das komisch so, man fängt die so ab, dass sie halt in die Zone kommen laufen, sozusagen in die Arme und dann wird man da weggesprayt. Ne, der schlimmste war halt da, wo Manfred halt in die Tink gefahren ist, ey, das war... Ja, boah. Ja, ey, ich 1,2 mit meiner Schisser, Klasse. Erstmal wieder zurückgespult, weg bin ich, aber das hat übelst geleckt an. Ja, ja, super. Das war echt knapp, ey. Da habe ich echt damit gerechnet, sich's brain auf uns und tot. Ja, na, wie gesagt, irgendwie weiß ich nicht. Manchmal läuft's echt gut so fightmäßig, so wie jetzt gerade eben, so zwei Leute da doch noch gekriegt. Und dann, und dann, irgendwie flippt sie aus dem Nichts so drrrr tot. Für mir ist klar. Auf Wiedersehen, oder? Oh, das wird das mal schlecht. Ja. Oh, das wird das mal schlecht. Was ich dann jetzt komisch finde, dass ich weiß, dass manche das halt raus geht und so auf die gruppe hier nicht sagt ja man kann ja man kann ja auch mal schreiben so ja muss schlagen gehen das faktor manchmal viel aus über den menschen werden sie in die lage gebracht nicht mir merkwürdig ja ich hab nur ein fall schon gesehen und habe nicht daran gedacht dass er vielleicht zu mir landet kommt ich so nein hätte ich das gewusst wäre ich natürlich ja wenn ich mich da auf die gegner konzentriert ja ich glaube das war voll knapp alter ja weiß ich hätte nicht gepusht worden dann hätte ich aufgeschafft echt so ein schein ja aber das ist das was ich meinte so wären wir wahrscheinlich zu zweit gewesen hätten wir den einen da auch noch kriegen können hätte man natürlich muss nicht immer sein ja das ist halt nur die wahrscheinlichkeit ist vielleicht nicht nur aber manchmal bleibt uns auch nichts anderes übriger wenn es danach geht naja dann muss seit irgendwann irgendwo anders landen wo eben nicht das team ist wenn du pech hast ja ich habe mich erschrocken ich gehe so das war richtig ekelig ich gehe so zum waffen doch kommen aus dem wasserhaus ob auch noch später einer unter der brücke straßenpanel ja aber ich dachte mir so herr hat so als hätte er darauf gewartet dass jemand sage ich mal so ein dusel ist und dann dahin kommt manche leute kämpfen und spieler das ist ja irgendwie komisch der junge ist komisch ja sagt jetzt naja er hat uns dahin gefahren jetzt geht er einfach raus was ist denn das ich bin bestimmt manche gut weiter dann kriegt die kollabor er muss ich noch mal mach mal klein fliegen zielrennen ja man kann es uns wirklich nicht kann es kann es mal drauf gehen noch mal krass du kannst du wirklich nicht nein doch eigentlich oder kann ich glaube ich erst machen wenn dann wir nach raus geht es glaube ich oder nein das kann es ja jetzt auch ja du bist ja die darin ist ja klar das ist ja oben rechts kannst du das sehen genau und ich kann es gar nicht du kommst ich komm es ich komm ich komm balm wagen machen wir mal ah dokumente geil was schließen sie fünf langliste spiele ab und überleben sie 60 minuten im ranglisten br kriegt man hin habe das auch schon fast fertig was dann geht mal auf rangliste und dann noch das jahr 2013 wo ist das was ist während der teils geschehen drauf und dann hier auf dieses jahr 2023 dieses hieß ein einziger da noch dokumente ja ja voll geil mir fehlt da noch eins aber ich weiß gar nicht ich hoffe man da muss man das machen aber muss das stimmt das machen da sieht man nicht korona waffkiste he was freischallung in 2013 hieß in sechs augen ist das eine legendäre waffe können sein da kommt auch gleich dazu ja der klang kriegt sie bis jetzt mal gut aus so gut dabei und er schreibt die arbeit soll ich nicht starten warte mal warten wir jetzt noch bis der will kommt oder ja dann lade ich mal runter ich sag's dir ich habe heute ich habe ja so gemalt hat und das wir kommen die hände waschen dann halt danach wollte ich halt im waschbecken auf einmal denke ich mir so also ich hatte kopf drauf und hat mir halt nichts dabei gedacht warum ist nicht so nass ich verstehe das gar nicht noch mal wasser gemacht und auf einmal sehe ich das an dem wasser an dem waschmaschinenanschluss das wasser rauskommt und ich denk mir so jetzt weiß ich auch warum man mir gesagt hat ich soll die badewanne benutzen ey ne man mich hat immer nicht mal was zum aufwischen oder so so ja das lohnt sich gar nicht nur runde anstieg fangen ne ich soll das die sticker hier oh was the duck what the duck Okay. Okay. Oh. Oh, 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 oh. Ah, yorr. Ja, da. Hallo. Wissen, MS-Rangliste gestern mit Pommes-Panzer? Ja. Ja, Mann. Kennst du sie? Nee, ich ne. Aber dein Kollege doch. Nee, ich kann sie ja auch. Deswegen, ich hab ja drauf hingewiesen. So, ich so, höh? Pommes-Panzer? Die von UN damals? Und dann meinte ich so, ja, GameGeek bestimmt. Und dann hab ich geguckt, ist ja witzig, die ist ja witzig bei GameGeek. Hallo. 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 Ja. 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 Ich würd sagen, ich geh da raus oder so. Warum? Außer, 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 ich weiß ja nicht, ob Oma spielen möchte. Nee, ich geh kaputt. Ich hab auch kaputt. Ich muss auch so etwas spielen. Hast du? Okay. Ja. Ich hab die. Ich hab die. Oh, die hat mein Leben geauseinander. Oh, mies. Oh, mies. Ich kenn mich. Oha, ja, ja. Ich weiß auch nicht, warum ich S&D spiel, obwohl ich BH spiel. Weil man ab und zu mal eine Auszeitpumpe braucht. Ja, so ist es. Aber ich tut manchmal gut. Ja, ja. Ja, so ist es. Waka waka ee ee ee. Na 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 ee ee waka waka ee ee. Schreie. Ruh! Ruh wah waka waka! Ja, ja. Ja! Ah! Achso, warte mal! Ja, wie gesagt, vier. Ach gut, alles gut. Stresst du dich schon wieder selbst, oder? Hm? Stresst du dich schon wieder selbst, oder? Wow. Wo soll ich jetzt schnell die Runde gehen? Du hast auch ein bisschen übergegangen, das ist super cool. Ich muss jetzt schnell ein Handy laden noch ein bisschen, weil ich habe jetzt bei dem Kabel, das ich benutzen muss, da kann ich nicht laden. Und die ersten Adapte drauf. Warum hab ich das nicht? Ja, weil du ein Mikrofon brauchst, der ist ein Mikrofon vom Laptop ist für den Arsch. Ah, oh no. Und warum kann man nicht spenden? Ah. Oh. Das ist doch mal da. 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 Ah. Oh. Oh. Ich weiß auch nicht. Bei manen, die haben sie noch Zeit, wo man mitmacht und kann. PAKU BUNNY Ja, aber ich meine, ich kann doch ein Netz... Ich glaube, du musst Twitch-Partner oder Twitch-Affiliate sein. Also mehr Subscriber auch. Ja, genau, genau. Ach, doch! Lassen wir es jetzt. Aber das ist ganz toll, es war... Ich bin nicht. Nein, ich bin nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Ich kann ja noch jemanden ausrollen. Ja, dann hast du einen... Ich habe immer noch gefragt. Das war's. 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 Und ein bisschen was fürs Mundgefühl, ne? Wenn du da auf so einen Flügel oder sowas von beißt. Das war's. 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 Es ist mal, du musst extra einstellen, oder? Ja. Back. Ausolat. Hm. Kannst du, äh? chluss auf deinen Stirn-Chriss. Also, kannst du? Da musst du deinen Stirn-Chiss pass ship. kein kriegst du kriegst kaum gucken ob er das jetzt mal heruntergeladen hat oder abend der will er sagt ja nur wie viele du hast ok ich dachte da kriegst du infos aber du kannst auch schauen was die uhrzeit ist bei mir ich muss auch mal weg erstellen für morgen halt die ganzen commandos gibt es mach mal klar und wo kann man spenden weil ich sie über null ich hab noch zu viele follower du kannst am anfang keine pizza generieren es kommt dann nach der zeit ist ja voll doof eigentlich naja weil sonst könnte sich jeder anmelden und wenn jeder sofort was verdienen hast du ja aber twitch will ja dass die leute die was verdienen viele follower haben und viele leute auf die seite bringen weil ein sub zb kostet 5 euro und twitch zieht sich 2 45 davon ein ich würde ja auch was ich würde ja auch was geben alter hallo ja jetzt war's noch ja aber omen du hast da 12 hingeschrieben und nicht omen 13 schweizen oha ja ist mir grad mal so aufgefallen oha oha omen 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 oha ne müsst ihr euch vorstellen jetzt wollte ich grad jetzt hab ich wieder ziehen können jetzt habe ich zwei wochen warten müssen auf die kn jetzt kommt wieder die gleiche kn in den shop rein ja ja hab ich auch bei mir totentanz oder so ja das ist die größte rotte ja ja perfekte Ich weiß gar nicht ob man ein Satzzeichen zwischen Try2CatchMe und unserem Namen machen kann. Kann man. Stimmt nicht, ne? Ne, ne, ne. Doch, 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 doch. Bei ihm im Kommando ist drinnen. Naja, genau. Da hab ich's drinnen. Muss ich bei dem anderen noch machen. Ja. Darf ich mir kurz die Kilo ansagen von dir? Ich glaub, das oben hat auch, glaub ich, auch ein guter Bauplan. Ja, egal was, ich mach mir selbst dran. Es ist 22 mit 22. Wenn er denkt dann die Gleis an. Da ist drin. Ich hab aber keinen Schluck drin. Der hier, der will hier. Was ist denn? Ja. Ah, ja. 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 Ähm. Schaft. Stabiler RCT Schaft. Umair. Stabiler Schaft. RCT Schaft, oder? Ja, ja. 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 Er ist da. Ja. Er ist einfach. Ja. 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 Das hast du kein Wort. Nee. Nee. was bedeutet was bedeutet eigentlich bei bei kilo wenn man die aufpushen will auf rang 4 also level 4 was bedeutet aufsatz genau welchen aufsatz du drauf haben willst du hast mehrere aussätze dabei aber wenn es auf maximale sieht sie geil aus 540 bräuchte ich jetzt von den karten verletzt du oder was ne bei vier nebenbei letzte braucht 1640 jahren ich habe sogar ich habe sogar ein zeichen falls jemand ablust der zeigt sogar los ja die gehören alle einem anderen oder die habe ich auch zum anderen oder dank einem anderen die gehören alle anderen die gehören die gehören die gehören die gehören Hey Kormi! Ja, aber spätestens 23.30 Uhr muss ich auch... Ja, den hab ich. 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 Den hab ich kommentiert. Nein, den hab ich beim Handy eingestellt. Da brauch ich diesen blöden Einstellungsbutton nicht drüber ziehen. Den kann ich in grün, gelb, violett, blau, lila, rosa. Ah, so. Ja, ich weiß nur nämlich, dass es an der Seite eingibt. Und da da so ein Visierbutton. Deswegen dachte ich, das wär der vielleicht gewesen. Oh ja. Nein, was ist denn jetzt mit meinen ganzen Einstellungen los? Iiiiih! Was denn jetzt passiert? Nein! Der hat das nicht zurückgesetzt, oder? Oh, lol! Ey, krieg ich in einem Herzenfakt? Was denn da los? Das kann der doch nicht mit mir machen, Mann. Ich bin auf einen einfachen Modus gekommen, oder so. Und jetzt hab ich gedacht, ich hab alles zurückgesetzt. Aber das wär's ja jetzt gewesen. Wo landen wir? Äh, Öko-Labor. Und wir müssen wieder Labor oder sowas, ne? Ja, wir wollen. Weil es geht. Öko-Labor. Na doch, es geht. Jetzt landen wir genau in der Mitte. Öko-Labor und der Labor. Lassen Sie mich. Ich weiß grad gar nicht, stimmt. Ich weiß, ne, ich weiß grad gar nicht, wo ich gelandet bin. Nein, nicht in der Mitte. Nein, nicht in der Mitte. So. Mit der Mitte müsste einfach nichts fehlen, immer. Ah, das ist ein McTen, ok. Hier liegt ne McTen. Oder? Bei mir. Also HIs oder KRM, bitte. Ja, KRM liegt hier. Bei mir. Bei Nummer 3. Bin unterwegs. Bin unterwegs. Bin unterwegs. Ich bring dir was mit. Ja, ich leg auch Munition hin. Also wenn du da wartest, chesst, dann bring ich dir was mit. Was? Wenn du da wartest, bring ich dir was mit. Ich mag Geschenke. Wir haben noch kein Weihnachten. Ist egal. Ist egal. Ist egal. Ist ja vorn normal. Buch, Its ja. Ja全com in der Mitte droit ist. Wenn du willst. Wenn du willst,רねぇ, kann ich dir die McTen umbauen. wenn ich was will ja ich konnte ja mal ausprobieren ich habe in letzter zeit jetzt nur cbr gespielt warte kai, den bleib'n märchen märchen on life, witchblade, legendäre gern geschehen oh der geht oben lang, das ist doch nicht sein ernst ja, wenn weihnacht denn oh ja, die ist anders die ist gut, ja ja, die ist anders als die eine die ist mega stark, ja, ja du musst mal die aus meinen Lothar gucken die geht gut schlag drauf, ja ähm auch so gut Ab, fester Snipe. Safe. Huch, das war ein Freude-Schuss. Das passiert mir normalerweise nie. Tja, du freust dich vielleicht auch gar nicht. So meinste. Du musst ja nervöse Finger haben und ja, dann klappt's. Alter. Was ist das für Karl? Wer fliegt vor? Okay. Okay. Was ist das? Ich fand einen Devil aus dem Himmel griffen. Ich hole'n Heli. Weil ich noch weiß, wo der steht, muss ich mal gucken. Ne, hier kommt man nicht mal hoch. Warte mal. Ich muss hier hoch. Ja, kommt hoch. Hoch. Ey, wenn ich sag' hier, ich muss den Heli holen. Da ist der Heli. Ah, gefunden. Ich hab' das Gefühl. Ja, sieht gut aus. Ich hab' das Gefühl. Ich hab' das Gefühl. Was kommt mir? Charly sieht mein Skin gar nicht. Ich weiß nicht. Taxi! Ja, doch nicht. Ja, alles klar? Wie so ein Flummi. Aha. Verdevel. Ja, da. D, 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 D. Oh, tieflieger, tieflieger. Oh! Du fliegen keine Padawan. Hm. Du musst das spielen. Ich sehe nicht. Du musst das jetzt auf dem Klanten feste machen. gon. So, wollen wir fighten, wollen wir nicht fighten, wie schaut es aus? Das ist egal. Jetzt sind sie eh weg. Oh nee, jetzt eiern die uns hinterher, wetten. Sicher eiern die uns hinterher. Ich hab meine Zugausbildung noch nicht abgeschlossen, lasst mich in Ruhe. Ah scheiße, ich kann nicht schießen, Alter. Andere Richtung fliegen ja? Nein, kommen wir da nicht hin. Wir fliegen so gerade hinterher. Ich kann nicht schießen, weil im Ding... Junge, das hat mal jemand sehen sollen. Jaja, guck mal, schon haben sie von uns abgelassen. Ha! Ich muss mal eine Rakete werfen gewinnen, ne? Ja, aber ey, für einen Moment ist das ja okay, die haben mich wahrscheinlich abgelassen in den Drops, aber trotzdem. Oh, alle Waffenpops sind leer, ey. Oh, leck. Wenigstens haben wir ja schon mal eine eigene bekommen. Da hinten halt noch einer. Ja, hopper. Ja! Ja, ja. Ja. Wenn mal, ich schieße jetzt hier. oder was schießt du denn ich brauche keine platte ich habe noch ein er war hier so ganz alleine merkwürdig er hatte gar nicht viel dabei vielleicht hat auch erst wiedergekommen auch mal ein spiel legte so brauchen wir den krieger noch weil dann würde ich nicht kaputt ist man und wissen die leute dass wir hier sind kann kaputt oder wir sind ganz schön in der mitte nach sandwich time oh ja hier liegt einer sorry aber weiter ist das geil also kämen die überall hier ja aber wie der da einfach lag ich komme hier oben lang weil ich eigentlich nur munition brauche und er liegt da einfach also alle waffen rausholen ich habe vor allem diese hessige lache ich kann ja manchmal echt böse sein richtiges bad girl googles mal hier also aufpassen ne mhm wieder aufs dach aber hä wie witzig fahrzeug 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 da sind sie bestimmt die kollegen steps waa und nicht mensch warsch ja steps in der halle wo ich vergesst weich stehen ah der ist oben lang der ist der geht hinten raus aus der halle ich werde angegriffen von hinten äh von 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 100 200 25 ich habe keine munition mehr aber die sind raus gerannt jetzt also der ist der ist da raus hat jemand schwere für mich fanat achtung ein spiele okay ich brauche schwere munition einen habe ich äh die hat der künitz volle ah ja die sind auf dem berg aufpassen die sind da wo unser heli eben noch stand jetzt sind sie runter voll locker ja ich kann halt nix machen ohne schweres romoni ne sowie Untertitelung des ZDF, 2020 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 Mh Ich glaub ich guck morgen Frauentausch, Alter Das war richtig Ey, Frauentausch ist cool, Alter Ich hab's noch nie geguckt Doch, einmal Mit diesem Mann da Ja, äh, mein Schildding, Alexander, gell Ich weiß nicht wieder Halt, stopp Ähm, mit links ihr Halt, stopp Ja, Alexander Alexander, besser mal Haliki Kreis ist so schwul im BR Gitt Ja, da geb ich dir recht Ja, bei... Gut, aber bei BR Versuch die LK24 Die Betase, echt nice Guck Alex essen? Können wir ja abspringen, wo wir wollen Alexa? We can land here Alexa, die geile Show Hm, hm, hm Erwin kannst du ja auch umbenennen Ja, ich glaub die Alexa direkt kannst du nicht umbenennen Nenn sie Omen Nenn sie Omen Ja, genau Nenn sie Kai Oder Oben Omina Omina Master Kai 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 Er war auch ein guter Name für Adolf Adolfina Adolfina Maschine Muss man nicht machen, kann man aber machen Hm Mh 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 Hm. Hä, was ist das denn? Das ist ja was komplett anderes. Was? Ah ne, alles gut, nur ne Nachricht, aber hä? Ich glaub ich nehm jetzt mal ne Dickbett und DLQ. Ich kann dir ein bisschen Schroffeln dem Money geben, wenn du willst. Jo. Okay. Jo, weiter. Habt ihr, ihr seht überall den. Ich hab nur da schon einen einzigen gefunden. Der Devil macht halt diese Runde Zinkel. Ah fuck, jetzt hab ich zwei Schrotflinten dabei. Das hab ich nicht geschafft. Fuck. Hier ist ne um 13. So gut bin ich jetzt auch nicht. Beste Kombi ist, äh, Shotgun mit Schafsitzung. Na fuck. Entweder ganz weit weg oder ganz nah. Mhm. Hier ist ne Kilo. Ne, 4. Oh, alles verteilt. Ja Protect dann! Tanke. Vohila 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 vohila. um die schmiede fast macht oder so was macht geht ihr nicht über fast macht oder so das einzige bundesland was so was noch macht ansonsten bei uns gibt es ja bei uns gibt es ja auch so fasching aber nur für die kleinen kinder verkleiden sich alle gehen so in die kita und dann gibt es vielleicht noch hoppla die waren so pfannkuchen und so auch so pfannkuchen mit senf gefüllt der ganz lustig war nicht weit auseinander tun ich ja weil ich meine also ich habe das gefühl dass einer wie weit aber auch schon mal in der ww gefeiert und war was anderes als da wo ich herkomme war und in der wagen nie ein stamm 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 na w und unten denke ich mal aber hier oben wird gar nicht gefeuert eigentlich krass oder ich schon wenig also dass überall so unterschiede gibt wer hat wenn alles das gleich ist ja doch einheitlicher ich bin so friede dass mir fast nach farbe diese klm falls jemand spielt möglichen geschaffen du rau die du packt hatte billen die check jetzt geht es aber so freuen alles haben wir auch kein bisschen alle zusammen da geht er weg hier können wir ja noch aber weg schnell mal die perma auf jeden fall den erlaubt ab das glaube ich auch nicht beide kommt ich kann leider nicht schießen Ach man, huch. So huch und so. Kentucky. Ja, alle Waffen droppen leer, ach man. Oh, der landet im Wasser, der ist kacke. Heiter jetzt schon, als wenn wir da unten landen, dass dann da irgendjemand kommt und drrrr tot. Bestimmt. Lande mal auf den Ballon. Was machen wir jetzt? Geh mal hoch. Bitte? Ja, aber da ist ja auch ein Heli in der Nähe. Sie sind wahrscheinlich da schon hoch. Ich glaube, es steht schon die ganze Zeit aus. Ich weiß nicht, man könnte gucken, aber ich komme dadurch mit dem Heli nicht so hoch. Mal gucken. Ich habe Schraubspiel zu sein. Bis jetzt sehe ich nichts. Bei Fahrzeugen. Der Heli bleibt da stehen. Ja, der Heli aber da unten ist ja noch ein Heli. Besser? Der da. Der da. Der unter uns. Das meine ich, die Heli. Da war ich mir halt nicht sicher. Der da. Größt. Der da ist immer noch kein Waffenblock. Oder wie? Nein. landen zwei wo bei der plattform na bei fußbahnhof sind drei gelandet 23 leute ich bin erlaubt oder auf plattform hochgehen wir nehmen noch den anderen er hat hier immer noch 100 prozent war die sprung an er kommt mit er ist einfach hat ihn schon ok ja geil in der lucht hab ich ihn geholt naja also wird jetzt sehe ich nix schiebt doch und dort drüben sind sie dann lass es weiter zum singen zu diesem wasser ding macht ja keinen sinn wenn wir jetzt hier aussteigen schmeißen alles mögliche auf unsere platz ja der wurde auch was ist das was da ist ein einer naja ist einer ja wann waren Leute seid ihr da? ne wir sind zu zweit Leute wo seid ihr da seid ihr? ja dann raus das sind mehrere seiner die der hier oben ist schon tot warum auch immer? so hat er mich getötet ok cool ey ich könnte schwere munition gebrauchen oder auch ma was ist das denn? also das mit den waffentops ist echt scheiße ich möchte dass sie da immer nur sagen dass nur viele Leute ran können oder dann weiß ich du mein ja nicht oben noch einer ok guck mal die kiste ja der hat nur leuchte da kommt noch einer ok hat der wenigstens schwere darf ich den looten hier? ja der wäre auch hier das warum kann ich die ich brauch so jetzt danke ah das mit den waffentops ist echt mies gemacht mhm mhm da da fliegst du und suchst und suchst dann Leute bei mir ist einer mal ne ich alter war in dem ding da drin ja das wäre sicher der dritte von die zwei tippe gefilter könnte sein ja ist dir nur noch einer so zone kommt zone kommt ja jetzt sagen wir bleiben zusammen als team oder? mhm 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 okay na warte ich komm ich komm also letzter ding jetzt letzter flug drei stück haben wir dazu das waren davor 15 ich will jetzt ganz rechts zu wo die tonisch hingen aber da kommen sie da kommt wo darf und rechts auf der straße also beim haus jetzt anscheinend einer springt auf die straße kommt rüber gelaufen wahrscheinlich ich habe einen erwischt auch niemand leute heute gerade hoch macht doch die granate junge ja jetzt werden wir von hinten gesandwich von der seite also von hinter uns kommt auch noch was das ist mit dem scheiß krüttter na fk genockt und dann bin ich weg ich habe die idee von hinten kommen ja du hast natürlich gottes aim junge ja ich kann es vergessen man nicht mehr ich kriege die Eke raus ach man ja warum müssten wir denn immer so ein pech haben ich bin mag uns nicht alle aber so ist schon gar nicht ich bin nicht mehr so ich werde das ist schon gar nicht mehr so ich werde einfach auf die vierte Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, ist aber so, ey, wir sind, wir kleben Arsch an Arsch gefühlt, weißt du, wir laufen richtig gut an sich. Und aus irgendeinem Grund kommt dann da irgendwo ein Team an und jagst uns alle weg. Innerhalb von Sekunden sind wir alle tot und das ist so lächerlich. Du feigst ja noch nicht mal richtig oder so. Das ist ja nicht so, dass du sagst, boah, krasser Fight, okay, knappes Ding oder so. Nee, du wirst hier irgendwie gesandwiched und dann von der einen Seite geballert und dann bist du tot. Das stimmt, ja. So, du eierst da zum nächsten AirDrop und was siehst du da? Zwei Neulinge, die sich dann in den AirDrop gönnen. Und dann können nur noch zwei Leute von uns sich, äh, n-Drop gönnen. Das stimmt, ja. Ich finde das nur noch komisch, so macht das gar keinen Spaß, ey. Was ist oben? Du bist schief, Kai. Oh, David, Alter. So, Kai, zurück auf Start. So, jetzt geht's ab, komm. 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 Musik was bist du derzeit in rangliste in rang ja ms bin ich meister 3 die tage noch mal ich bin ein liebte oder profi ja dann bist du profi weil du konntest ja mit uns spielen und wir sind meister ich wollte morgen noch mal eine runde gespielt ich bin gerade wieder aufgestiegen hatte minus also denkt ja ich habe gestern auch ordentlich minus gedrückt es war auch so komische runden einfach die leute irgendwie hast du gar kein gesehen dann tot alle tot ich weiß nicht das waren so voll die komischen ms runden aber ja aber heute auch immer so knapp ich weiß nicht wann so erst einseitig das ja wikini voll drauf so dann haben wir aufgeholt und dann trotzdem irgendwie manchmal gescheitert man kann doch bei ms war rangliste anscheinend doch auch die waffel der waffel der wüge der mal überall kannst du das ich kann das gar nicht echt wird aber also was meinst mit waffeln dass ich jetzt halt so gold mäßig spielen oder meins mittler bin jetzt hier auf meister und so der meister ich bin global haben so davon glaube ich mindestens 5000 eine gute frage ach so warte mal man wird kommt glaube ich gar nicht nehmen wo ist jetzt oder muss mal gucken kann nämlich sein dass er deswegen nicht hierher kommt ich stell mal fix ein ich feiere nichtott wie man den klatschan toll wie ist denn ich bei dieser Tuchmann wenn ich mir das erzählen habe ich dachte ich kann nicht mehr ich will das erzählen ich will das erzählen ich will das erzählen Ah hier 1,2,3,4,5,5,5,5,5,5 1,2,3,4,5,5,5,5,5,5,5,5,0 2,4,5,5,5,5,6,5,5,5,5,0 Das war's. was ist denn das behindertes? devil fährt nicht mit dem wagen an und ich krieg einen noch nicht mit dem es ist 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 hier die 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 Achtung sitzen im Ding drin. Ah, gewächsend mit dem Auto, Mann. Ah, der hat Poltergeist. Jetzt kommt Otto wieder, kommt zurück. Die kommen zurück, bleibt im Haus. Warte, ich mach die Tür zu. Lies nur alle Türen. Ey! Steps bei mir, Steps bei mir. Ich bewache die Kisten hier. Die kommen rein. Oh, von mir. 2. Ich glaub das war das ganze Team, gell? Ja, die kommen jetzt alle. Ich glaub schon, ich hab einen geholt. Die müssen alle gewähren sein. Sauber. Sauber Jungs. Ich hab den Kopf aus. Und bock den Job gesagt hat. Aha. Rechts von uns. Gegner. Vorne den. Ja, haben wir gesehen. Da ist ein zweiter auf noch, der steht ganz hinten. Da ist ein halbber. Ich hab den Kopf aus. Ich hab den Kopf aus. Das ist auch ein Tenet. Und oben beim Dach kennt er auch einen. Und auf dem Raum ist auch einer, ja. Nein! Wir kommen zurück. Guck mal, du musst ins Alter. Ich hasse die KM, Digga. Guck mal. Guck mal. Okay. Das war's. Oh, I know, I know, right? Oh, 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 I know, right? Vielen Dank. 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 Der Team hat sich getötet. Get the dog tags and help them return to the battle. Air drop is coming. Muss man nicht verstehen oder Manfred? Muss man nicht verstehen oder? Ja. Hörst mich Manfred? Also ich hör dich. Ich muss save mein Stuff wieder ab. Ich brauch das. Ich mein, das ist immer noch der Campen. Die Campen sicher nach oben, oder? Was sagst du? Hundertprozentig. Ah, ich muss um das Dach freuen. Aber wir fahren mal sonst hin. Na ja, passt dann, dann geh du kurz hin. Der Mann trete mich auch hin. Air drop has been delivered. Ich weiß nicht, wir sind sicher im Skistand drin. Bestimmt, die Campen da selbst. Aber ja, da fahren schon welche nacheinander. Die fahrens... ich weiß nicht. Können wir zum Drop gehen kurz, oder? Achtung, da sind welche beim Drop Was sagst du? Die kommen schon Ja, die kommen von hinten, gleich von den Häusern hinten, ja Da ist ganz unten, merke ich was drin Ja Pass auf, wir laufen, wir wissen, wer Poltergeist Ja, ich hab ihn gesehen Da ist eine Route gespürt Ja 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 Die sind jetzt secondary, ja Ja Sie sind drittig, ja Ja Genau Fertig wie die Spitze Ja Ja. Ich habe jetzt nicht geschaut, ich habe jetzt auch der McTensor, ich habe mir das Visier drauf gehabt. Was? Na jetzt gehts. Vielleicht gehts um das Essen vor euch. Achso. Ich gehe da. Ich gehe gleich weiter. Ich gehe da. Ich gehe das mal. Ich gehe da. Ich gehe da mal. Gez Challenge. Ja, nee. Gez sfangen. Ja, nein. Hau rein Kai Achso, du willst auch schon gehen Ne, ne, hab ich nicht Und du? Alles gut Bin noch dabei Du bist der Jumf-Lieder, gut anzulegen Willkommen im Blackout, Soldat Der match ist jetzt zu beginnen Zeit für die Mission, bereit Ready to start. Wo hin? Hm, hm, hm. Du ja, passt. Jetzt sehe ich nichts. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Die Revive flight will arrive in one minute. Air drop has been delivered. 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 Vielen Dank. 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 Oh man. 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 Oh man.